Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen alle Nichtmuslime. Bösartige, verlogene Missionare behaupten, dass der Koran die Trinität verwechselt und wollen damit sagen, der Koran kann ja gar nicht von Allah, vom allmächtigen Gott sein, denn Gott müsste ja wissen, wie die Christen an die Trinität glauben. Und sie benutzen dann gerne Suche 5, Maida, Vers 116 und sagen, guck mal da, Mohammed hat den Koran selber geschrieben und dachte, die Trinität bestehe aus Vater, Sohn und Maria. Und ihr müsst euch immer merken, bei solchen Vorwürfen bezüglich des Koran, bezüglich des Islam, lest euch genau durch, was im Koran steht und was in der Sunna steht und schaut euch genau an, was für Vorwürfe gemacht werden. Der Vorwurf heißt hier, der Koran verwechselt die Trinität. Der Koran denkt, dass die Trinität aus Vater, Sohn und Maria bestünde. Also müsste man jetzt erwarten, dass in Suche 5, Vers 116 steht, Die Trinität besteht aus Vater, Sohn und Maria. Das steht aber dort gar nicht. In Suche 5, Vers 116 steht Und wenn Allah sagen wird, sprechen wird, Damit ist er am jüngsten Tag gemeint. Ja, Isa ibn Maryam. Oh, Isa, Jesus, Sohn der Maria. Hast du zu den Menschen gesagt, Nimm mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah. Theoretisch könnte hier könnte es keine Trinität sein, also aus drei Personen, sondern aus fünf Personen, zehn Personen, zwanzig Personen. Hier steht nichts von Trinität. Hier steht etwas von Ila nehmen, zu Ila nehmen. Was heißt Ila auf Arabisch? Ila heißt auf Arabisch Ma'bud. Das ist etwas, was angebetet wird, was gottesdienstlich verehrt wird. Hier steht nichts von Trinität. Darauf sagt Isa, Losgesagt seist du, also Allah, von allen Mängeln. Damit man nicht sagt, weil das ist eine rhetorische Frage von Allah gewesen, um den Menschen zu zeigen, am jüngsten Tag. Hier, Isa. Er fragt Isa, damit die Menschen es hören. Und Isa sagt jetzt, Es geziemt sich mir nicht etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Hätte ich es gesagt, würdest du es wissen. Ich, du weißt, was in mir ist und ich weiß nicht, was in dir ist. Du bist wahrlich der Wissende des Verborgenen und er eben nicht. Das heißt, hier gibt es eine Lehre für die Menschen am jüngsten Tag. Das ist Isa, der geehrte Prophet, die Anbetung, die ihm und seiner Mutter gewidmet wurde, verneint, negiert, als nichtig an sie. Und jetzt gehen wir zurück zu dem ersten Satz. Hast du zu den Menschen gesagt, nehmt mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben mir, neben Allah. Schauen wir uns das an, wie das im Großteil des Christentums so ist. Man braucht nur einfach mal im Internet Marienverehrung einzugeben. Ich habe hier einen Bericht vom Planet Wissen, beispielsweise Thema Marienverehrung von Sabine Kaufmann. Nach Christus selbst ist Maria die zentrale Figur, die in der katholischen Kirche verehrt wird. Man könnte auch sagen, angebetet wird. Denn die Anbetung, die beschränkt sich im Islam nicht nur darauf, vor jemandem niederzufallen oder sich vor jemandem zu verbeugen, sondern die Dua, das Bittgebet ist auch eine Anbetung. Der Prophet, a.s. sagt in einem Hadith, in du'ahu al-ibadah, die Dua ist eine Ibadah. So. Und jetzt wird es weiter. Die Gläubigen wandten sich zu allen Zeiten an Maria, weil sie die Menschen versteht. Die Mata Dolorosa, so der Glaube, teilt die Sorgen der Menschen und trägt sie vor Gott und Christus. Und dieses laut islamischem Verständnis ein typischer Gottesdienst, ein typischer Polytheismus. Polytheismus ist nicht nur, dass ich daran glaube, dass es mehrere Götter gibt oder einen mehrere Schöpfer gibt, sondern auch, indem ich jemandem anbete und so gibt es auch Muslime, die beispielsweise bestimmte Heilige so verehren, dass es schon zu einer gottesdienischen Tat wird und dann haben sie diese Heiligen zu Göttern neben Allah genommen. Hier. Zu den Ältesten, das geht da weiter, die Marienverehrung begann sehr früh. Im Hellenismus in der ersten Jahrhunderte nach Christus wurde Maria im griechischen Kulturkreis als weibliche Gottheit verehrt. Das ist der Punkt. Dann, die Mutter Gottes. Seit dem Konzil von Ephesus 431 nach Christus hat Maria eine habende besondere Stellung im Christentum. Seit diesem Konzil wird Maria als die Mutter Gottes verehrt. Denn Maria war nicht mehr nur die Christus Gebärin, sondern die Gottes Gebärin. Doch die damalige Auseinandersetzung dreht sich letztlich um die Rolle Christi und seiner Bedeutung als wahrer Mensch und wahrer Gott. Dann, von Maria nie genug. Die Verehrung Marias war und ist grenzenlos. Noch heute kennt die katholische Kirche über 30 Marien Gedenken und Feiertage. In allen Lebenslagen wanden und wenden sich die Menschen noch heute an Maria, sei es während Naturkatastrophen bei Krankheiten oder in jener anderen schwierigen Lebenslage. Und dies ist eine typische Art von Götzendienst im islamischen Verständnis. Zeichen der Dankbarkeit unseres Glaubens sind die oft selbst gemaltenen die an den Wänden vieler Wallfahrtskirchen hängen. Dank sei dir Maria steht auf dem Votivtafel. Maria hat auf die Bitten der Gläubigen gehört und geholfen. Das ist eine typische Art von Anbetung von Maria. Hier, Marienverehrung zwischen Glaube und Aberglaube. Den Höhepunkt der Marienverehrung markiert die Barockfrömmigkeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Maria ist die Superheilige, man erwartet von ihr Wunder und jede erdenkliche Hilfe. Ein siebenmal geweihter Rosenkranz sei in der Lage, Kranke zu heilen und jedes erdenkliche Unheil abzuhalten. So die Vorstellung. Also hat ein großer Teil des Christentums, nämlich die katholische Kirche, sich Maria zu einem Gott, zu einem Anbetungsobjekt neben dem einen anmächlichen Gott genommen. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob sie ein Teil der Trinität ist oder nicht. Die Götzen, die in Mekka, haben daran bestimmte Götzen angebetet, warum? Liukarribuna ilallahi sulfa, wie Allah in Surah 39 sagt, damit sie uns Allah näher bringen. Oder warum? Damit sie Fürsprecher für uns sind. Das ist das, was der Koran dazu sagt. Dann lese ich euch mal hier ein ganz bekanntes Maria Gebet vor. Unter deinen Schutz und Firm fliehen wir, o heilige Gebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unsere Nöten. Verschmähe nicht unser Gebet in unsere Nöten. Hier. Sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche gebenedeite Jungfrau. Das ist ein ganz bekanntes typisches Bittgebet an Maria, was unter Katholiken benutzt wird. Das heißt, das marianische Antiphon unter deinem Schutz und Sturm Subtuum Präsidium auf Lateinisch. Von daher, wenn man keine Ahnung vom Islam hat, soll man die Leute nicht täuschen und man soll keine Lügen erzählen. Im Koran steht an keiner Stelle, dass Maria ein Teil der Trinität ist. Subhane Kalum wa Bihamdik Shadu an la ilaha ilan dastaf rukat Subhanec.